Kann eine Fitnesstrainer-Online-Ausbildung einen Präsenzlehrgang ersetzen? Das werden wir in diesem Video klären und damit herzlich willkommen zu einem neuen Fitnesstrainer FAQ hier auf dem Karriere-als-Fitnessstrainer-YouTube-Kanal. Ja, und wenn man das erste Mal davon hört, dass man auch Online-Fitnessstrainer werden kann, dann denkt man sich vielleicht so, hä, wie soll das gehen? Fitnesstrainer muss man doch so am Gerät machen und das ist ja was Praktisches, das ist jetzt nicht so trocken wie BWL, wo man nur was auswendig lernen muss. Wie soll es online gehen? Und das kann man natürlich verstehen, aber ich werde jetzt hier dir erklären, warum das natürlich trotzdem online möglich ist und wir werden eben die Frage klären, ob das Ganze den Präsenzlehrgang ersetzen kann. Kann es den Präsenzlehrgang ersetzen? Meiner Meinung nach ja und nein. Ja, warum kann es das Ganze ersetzen? Bei einem Präsenzlehrgang ist es ja so, dass du dann nicht nur Praxis machst, sondern auch Theorie. Das bedeutet, es steht jemand vorne im Unterrichtsraum und erklärt dir eben einige Sachen über Muskulatur, Herz, Gelenke und so weiter und so fort. Und ob jetzt jemand vorne steht und dir das erklärt oder ob du ein Video anschaust und der das erklärt, handelt sich ja beides um theoretisches Wissen. Das ist in erster Linie erstmal egal. Ja, beziehungsweise ich persönlich finde es sogar besser, wenn man ein Video hat, weil im Präsenzunterricht bist du vielleicht mal einen Tag schlecht drauf oder irgendwelche Klassenkameraden lenken dich ab oder du bist müde oder sowas. Ja, und wenn du da Stoff verpasst, dann hast du halt, ja, hast du halt einfach verpasst. Ja, Pech gehabt. Und bei einem Online-Unterricht kannst du einfach das Video nochmal anschauen oder sagen, okay, ich bin heute müde, ich mache morgen weiter. Das bedeutet, du bist viel flexibler. Ja, dann, was auch ein Vorteil ist, meiner Meinung nach, von einem Video ist, dass du das Video einfach nochmal anschauen kannst, wenn du das ganze Thema noch nicht so gut verstanden hast. Ja, es geht bei einem Präsenzunterricht nicht. Ja, kannst du natürlich kurz fragen, hey, können Sie das vielleicht nochmal kurz erklären? Aber wenn du es bei einem zweiten Mal nicht verstanden hast, dann wahrscheinlich immer noch Pech gehabt. Ja, und da kannst du es einfach öfter anschauen und so lange anschauen, bis du es halt eben verstanden hast. Und warum bei der Karriere als Fitnessrenner Akademie es gut ist, dass es eben mit Videos vorhanden ist, ist, weil bei einem Präsenzunterricht hängt es natürlich auch immer vom Dozenten ab, ob du das Ganze verstehst oder nicht, wie gut erklärt der Dozent ist, ja. Und bei der Karriere als Fitnessrenner Akademie, da erkläre ich halt die ganzen Lernhalte und ich weiß nicht warum, aber irgendwo, ja, also irgendwie kriege ich halt immer sehr viel Feedback dazu, dass meine Videos immer so leicht verständlich sind und dass man mit den Videos sehr gut lernen kann, zum Beispiel auch viel besser als zum Beispiel mit einem Präsenzunterricht, ja. Das sagen eben halt Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, die damit für die Prüfung gelernt haben, ja. Und das bedeutet, da hast du auf jeden Fall auch so einen kleinen Vorteil. Was vielleicht so ein kleiner Vorteil ist bei einem Präsenzunterricht, du kannst halt direkt Fragen stellen, ja, und kriegst dann ein direktes Feedback. Bei einem Online-Unterricht musst du halt die Frage per Mail stellen und dann bekommst du halt innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, ja. Und bei uns ist es aber meistens noch deutlich schneller, sogar bei der KAF-Akademie. Ja, warum kann man aber einen Präsenzunterricht nicht ganz ersetzen? Und zwar liegt es eben an der praktischen Ausbildung an den Geräten und an der praktischen Prüfung. Als Fitnesstrainer muss man natürlich die Geräte erklären können, ja, und brauchst ein paar praktische Skills auch, ja. Und deswegen würde ich selber nicht dahinterstehen, wenn man jetzt nur eine komplette Online-Ausbildung anbietet, wie es vielleicht auch andere Anbieter machen, ja. Eine komplette Online-Ausbildung empfehle ich eben nicht, ja, weil man eben dieses praktische an den Geräten eben braucht. Und deswegen gibt es eben bei uns auch einen Präsenztag. Auf diesem Präsenztag kann man sich optimal vorbereiten mit der praktischen Online-Ausbildung. In der praktischen Online-Ausbildung erkläre ich eben die ganzen Geräte und zeige halt auch wirklich zuerst mein Trainerwissen, dann zeige ich ein wirklich konkretes Trainerkundebeispiel, wie man das Gerät an dem Kunden erklärt mit dem Fünf-Schritte-Plan, den du in der Ausbildung von uns lernst, ja. Und danach zeige ich dir noch Körper- und Dehnübungen von dem Muskel, der dann in den Prüfungsrelevant ist. Und, ja, somit kannst du dich optimal auf die Prüfung vorbereiten, ja, auf die praktische Prüfung. Am besten, du übst das Ganze nochmal irgendwie mit einem Kumpel oder sowas, mit diesem Fünf-Schritte-Plan in einem Fitnessstudio, dass du das schon mal durchgegangen hast, ja. Und dann, wenn du am Präsenztag bei uns bist, ja, dann schreibst du natürlich die Prüfungen und du hast auch nochmal da eine praktische Ausbildung. Das bedeutet, du gehst mit den Trainern die Geräte einmal durch, ja, und der Trainer oder der Dozent zeigt dir dann, wie das genau funktioniert und verbessert dich nochmal. Und, ja, das ist einfach wichtig, dass so eine Komponente durchaus schon noch mit dabei ist. Und natürlich muss es auch geprüft werden, dass du das Gerät erklären kannst. Und deswegen, finde ich, halt, haben wir eben einen guten Mittelweg gefunden zwischen Online-Ausbildung und praktischer Ausbildung, sodass du eben nur beide Vorteile davon hast, ja, und kein Nachteil für dich dadurch entsteht, finde ich eben, dass man einen Präsenzunterricht nicht ganz ersetzen kann, aber man kann eben den größten Teil davon ersetzen. Und, ja, so haben wir eben das dann gemacht bei der KF-Akademie. Wenn dich die KF-Akademie interessiert, wenn dich die Ausbildung bei uns interessiert, dann kannst du einfach mal hier unten auf das Video klicken. Dort verlinke ich dir einmal den Inhalt der B-Dizenz-Ausbildung, was dort alles enthalten ist, und check auf jeden Fall auch mal unsere Webseite ab, und da kannst du dich auch noch mal weiter informieren über die B-Dizenz-Ausbildung. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Video. Dein Tim Knalzig, Karriere-Ats-Hütnis-Reine-Akademie, und ciao. Dein Tim Knalzig, Karriere-Ats-Hütnis-Ausbildung. Dein Tim Knalzig, Karriere-Ats-Hütnis-Ausbildung. Dein Tim Knalzig, Karriere-Ats-Hütnis-Ausbildung.